Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zum Video. Wenn ihr neu seid, gerne ein Abo da lassen, das freut mich sehr. Herzlichen Dank dafür. Und wir gehen direkt rein, es gibt wirklich schockierende Nachrichten über unser geliebtes Deutschland. Und so heißt das im Handelsblatt in einem Artikel vor Haushaltsberatungen. Bundesrechnungshof kritisiert Haushaltspolitik der Ampel und fordert sie zum Sparen auf. Also noch wirklich ganz nett ausgedrückt, aber wir müssen Tacheles darüber sprechen. So heißt es weiterhin, der Rechnungshof fordert Finanzminister Lindner auf, die verdeckte Verschuldung zu beenden. Doch das ist nicht die einzige Kritik am Haushaltsentwurf. Der Regierung heißt es weiterhin. So, und dann muss man hier erst mal reingucken. Der Bundesrechnungshof nimmt Bundeshaushalt 2022 unter die Lupe, hieß es vor einigen Tagen, als dieser Bericht veröffentlicht wurde. Und grundlegend für alle diejenigen, die jetzt im Bundesrechnungshof, ja, das ist jetzt einfach so ein Laden, die sagen jetzt irgendwas. Wir gucken jetzt mal ins Gesetz. Im Bundesministerium der Justiz. Und hier steht nämlich im Bundesrechnungshofgesetz, § 1, die Stellung. Der Bundesrechnungshof ist eine oberste Bundesbehörde und als unabhängiges Organ der Finanzkontrolle nur dem Gesetz unterworfen. Wichtiger Punkt. Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben unterstützt der Bundesrechnungshof den Deutschen Bundestag, den Bundesrat und die Bundesregierung bei ihren Entscheidungen. Also wir reden jetzt nicht über einen Interessenverein oder ähnliches, sondern wirklich die oberste Bundesbehörde, die hier aufpasst, als unabhängiges Organ, wie auch immer die besetzt ist. Muss man mal gucken, was da in der nächsten Zeit passiert. Aber von der Grundidee schon mal genial gemacht, muss man wirklich ganz klar sagen. Und in Zahlen heißt es hier, 457, ich runde, ja, 6,6 Milliarden, ja, die brauchen wir ja nicht. 457 Milliarden Euro Ausgaben umfasste der Entwurf für den Bundeshaushalt 2022 zunächst. Dann kamen diverse Ergänzungen hinzu. Insgesamt sollen die Ausgaben nun bei 495,8 Milliarden Euro liegen, davon 138 Milliarden durch neue Schulden finanziert. Nach den C-bedingten, stark wachsenden Haushalten in den Jahren 20 und 21 ist das erneut ein hoher Wert. Hier ist das alles noch relativ, relativ nett formuliert. Wenn wir dann aber weiter gucken, hat die Bild nämlich hier einige brisante Informationen zugespielt bekommen, einen sogenannten Bericht. Und darin heißt es nämlich hier, Rechnungshof warnt vor Staatsversagen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Staatsversagen, komplette Unfähigkeit, komplette Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Und hier heißt es im ersten Satz direkt, die fetten Jahre sind vorbei. Und mir graut es davor, es zu sagen, aber ich glaube, das ist wirklich die Wahrheit. Wir haben zahlreiche Experten, die mittlerweile auch dieser Meinung sind, dass wir nicht mehr so finanziell aufgestellt sein werden in den nächsten Jahren. Wirtschaftlich schon mal gar nicht, besonders nicht über die Ampelregierung mit den Grünen. Das, was hier gerade passiert für eine Deindustrialisierung in Deutschland, das wird uns noch ganz teuer zu stehen kommen. Und die Folge daraus ist, dass viel mehr Leute nicht mehr in Lohn und Brot stehen. Weil überleg doch mal, also 2019, wir hatten Probleme, 2018, 2017 und so, ich gehe jetzt besonders extra davor, vor 2020. Weil das war für mich ein normales und ganz gutes Leben, wo man zurecht kam, aber man hatte trotz dessen weitere Probleme. Aber das, was wir aktuell haben, sind die Anfänge von viel mehr, von was viel Größerem und viel Schlimmeren. Und dementsprechend, ich glaube auch, diese fetten Jahre, wie es genannt wird, das ist vorbei. Wir werden deutlich mehr Auseinandersetzungen sehen in der Gesellschaft. Wir werden deutlich mehr sehen, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch viel weiter auseinander gehen wird. Und dass Normalverdiener in Deutschland es noch schwerer haben werden, als schon die letzten Jahre. Und dann heißt es hier weiterhin, bis 2050, sorry, 2040, würden allein die Ausgaben für altersbedingte Vorhaben auf jährlich 282 Milliarden Euro explodieren, warnt die Behörde in einem neuen Bericht, der der Bild vorliegt. Und jetzt könnt ihr mir gerne reinschreiben, was dort hier mit altersbedingten Vorhaben ist. Und das ist nämlich hier unter anderem ein riesiger Pensionsanspruch von Beamten, der hier ausstehend ist. Und klar, die gehen natürlich jetzt dann auch bald mal in Rente bzw. in Pension und kassieren natürlich. Und dann natürlich auch Rentengeschenke der Vergangenheit, Rente mit 63 und die Mütterrente, die gemacht wurden, weil man natürlich vor Wahlen schöne Rentengeschenke gemacht hat, um die Wählerstimmen natürlich sich zu sichern. Und klar, das fällt einem jetzt, Jahre später natürlich, auf die Füße und weiter steigende Sozialausgaben, heißt es hier. Und da muss man sich natürlich wirklich fair überlegen, woher kommen denn weitere Sozialausgaben? Richtig, weil die Bevölkerung in Deutschland gewachsen ist, aber das bei einer relativ geringen Geburtenquote. Also da sollte man sich darüber Gedanken machen, wie und ob das alles überhaupt noch zu finanzieren ist. Zitat aus dem Bericht, der finanzielle Spielraum, um unvorhergesehene Ereignisse abfedern zu können, hat sich spürbar reduziert. In den kommenden Jahrzehnten werden die demografiebedingten Ausgaben erheblich ansteigen und damit zu einer wachsenden Herausforderung für die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen. Ja, also mir graut es einfach nur davor, auch wenn hier wirklich mit Geldern hantiert wird, die gar nicht existieren. So zum Beispiel das Sondervermögen, oder sollte ich wirklich das sagen, was es ist? Sonderschulden für die Bundeswehr beispielsweise und auch zahlreiche andere Ausgaben in andere Länder. Alleine nur mal eben so 70 Millionen, etwas drüber, 72 oder 77 Millionen für Moldau, um deren Energiesituation abzufedern. Ja, sorry, aber wir sitzen hier im selben Boot, wir haben das gleiche Problem, schaffen es, über 70 Millionen nach Moldau zu verschieben, aber in Deutschland, was bekommen wir hier? Jeder Bürger bekommt läppische 300 Euro. Sorry, das stimmt nicht. Kein Rentner, kein Student bekommt dieses Entlastungspaket von 300 Euro. Das kannst du dir noch nicht mehr ausdenken. Ja, und dementsprechend heißt es ja weiterhin, die Handlungsunfähigkeit, und die Handlungsfähigkeit, schreiben Sie, ich sage die Unfähigkeit, der Bundesregierung sei dabei heute schon eingeschränkt, warnt die Behörde. Ein Großteil des Haushalts, 90 Prozent, sei versteinert. Und das bedeutet so viel wie fest verplant von diesem Geld. Und das heißt, wenn man dann irgendwelche Eventualitäten einfach hat, hat man nur noch 10 Prozent zur Verfügung. Und das kann oftmals einfach nicht ausreichen. Und was ist ganz klar die Forderung? Es soll gespart werden. Es muss massiv gespart werden. Und wenn ich das schon höre, da stellen sich mir alle Nackenhaare hoch. Da weiß ich, was passiert. Das wird in Steuererhöhungen für den Nettosteuerzahler in Deutschland enden. Und gespart wird dann wieder dort, wo wir Nachteile haben. Es wird nicht in den Behörden gespart, dass weniger Mitarbeiter, sprich Beamte eingestellt werden oder ähnliches. Oder vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken, wie viel Milliarden ODA, also Unterstützungsleistungen, in andere Länder Deutschland bezahlt. Dass man dort eine Streichung, eine Kürzung zumindest vornimmt, damit es nicht mehr zig Milliarden pro Jahr sind. Also es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten in Deutschland massiv zu sparen. Das ist gar kein Problem. Und dieses Ammenmärchen von wegen, das den Rentnern dann auch immer erzählt wird. Es ist kein Geld mehr da. Wir haben nicht genug, um euch mehr zu geben und so. Ja, sorry. Das mag auf dem Papier faktisch dann stimmen. Aber woran liegt das denn? Das liegt daran, dass das Geld eben nicht in Deutschland bleibt, sondern überwiegend ins Ausland zum großen Teil verteilt wird. Und das kann doch nicht sein. Es wird ja auch von uns erwirtschaftet mit unserer Lebenszeit. Und persönlich ganz heftig finde ich dann halt auch wirklich dieses Vorgehen, wie mit diesem Haushalt genau vorgegangen wird, mit diesem Entwurf. Und dann schrieb nämlich hier vor ein, zwei Tagen auch schon die Zeit, Bundesrechnungshof wird Finanzministerium Verschleierung vor. 78 Milliarden Schulden will die Bundesregierung aufnehmen. Aus dem Haushaltsentwurf gehe dies aber nicht hervor. Prüfer sehen einen Verstoß gegen die Schuldenbremse. Ach, surprise, surprise. Ich dachte, Lindner möchte unbedingt an der Schuldenbremse festhalten. Offensichtlich hat man einen Weg gefunden, das so ein bisschen auszusetzen. Aus dem Haushaltsentwurf wird die wahre Lage der Bundesfinanzen nicht deutlich, heißt es hier in einem Bericht, der hier der DPA vorliegt. Demnach ist die echte Netto-Kreditaufnahme mit rund 78 Milliarden Euro vierfach höher als im Etat ausgewiesen. Dort steht es nämlich lediglich mit 17,2 Milliarden Euro angegeben. Nur 17,2. Wir kennen das ja mittlerweile. Mit solchen Zahlen, mit denen hier rumgeworfen wird, das ist schon ganz, ganz heftig. Ja, und wer sich dann denkt, ja klar, Christian Lindner, FDP, Freien Demokraten, gute Partei, ja, die arbeiten ehrlich und offen. Lindner sieht Bericht des Bundesrechnungshofs, das nicht als Kritik, da muss ich schon statten vor Lachen, schreibt hier das Wall Street Online Magazin. Bundesfinanzminister Lindner sieht die jüngste Analyse zur Haushaltspolitik der Ampelkoalition durch den Bundesrechnungshof gelassen. Zitat, den Bericht des Bundesrechnungshof empfinde ich nicht als Kritik, sondern als Bestärkung an nachhaltig stabilen Staatsfinanzen konstant weiterzuarbeiten. Also Leute, das hat der wirklich so per Twitter geschrieben, das kannst du doch nicht mehr vervollnehmen. Das ist doch ein Eingeständnis, mit konsequent weiterzuarbeiten, dass er es nicht erreicht hat. Und möchte jetzt, ja, vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr. Ja gut, wenn nicht nächstes Jahr, dann schaffen wir vielleicht ein übernächstes. Mal gucken, wie lange wir dran sind. Ich habe ja noch ein paar Versuche Zeit. Das kannst du dir doch nicht mehr ausdenken, Leute. Und das Schlimme ist ja, das passiert alles auf unseren Rücken. Das heißt, wir müssen diese Kosten alle tragen. Tja, meine Freunde, das waren meine Worte hier zu dieser Thematik mit dem Rechnungshof und wie er jetzt hier vor dem Staatsversagen wirklich warnt. Also das kannst du dir nicht mehr ausdenken bei unserer besten Bundesregierung, die wir jemals hatten oder haben. Und ich bin gespannt, ob und wie lange das Ganze noch weitergehen wird, weil die Folge daraus sind ja nicht nur, in Anführungsstrichen, Privathaushalte, die massiv jetzt gerade leiden. Viele Leute, die ihre Wohnungen und Häuser verlieren werden, bin ich fest von überzeugt, dass das passieren wird. Weil man diese Energiekosten, unter anderem diese Kosten, gibt ja noch zahlreiche mehr, die gestiegen sind. Auch Inflation ist ja noch ein richtiger Preistreiber. Nicht mehr bezahlen können, aber zugleich wird die Situation sich ausweiten. Guckt meine anderen Videos auch dazu, dass viele Unternehmen Deutschland verlassen als Produktionsstandort, dass viele Unternehmen hier pleite gehen werden und dadurch viele Menschen in Arbeitslosigkeit kommen und dann gar keine Rechnung mehr bezahlen können. Und dann haben wir ein ganz großes Problem, weil dann müssen zwangsläufig natürlich bei den Nettosteuerzahlern die Steuern noch mehr erhöht werden, um diesen Ausfall der anderen zu kompensieren, sprich denen nur Sozialleistungen zu ermöglichen. Und das ist, also es ist ja ein Strudel, man sieht das ja, dieser Rattenschwanz ist ja wirklich ellenlang und das wird uns alles noch auf die Füße fallen. Dementsprechend schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, unbedingt diesen Kanal hier abonnieren für weitere kritische Videos. Daumen hoch, danke dafür und ciao.